Hallo zusammen, ich grüße euch. Heute ist es soweit. Heute findet das Gewinnspiel statt, das habe ich ja schon in meinem letzten Video angekündigt. Erstmal an dieser Stelle recht herzlichen Dank an das Modellbaufachgeschäft Kramm aus Hilgen, was dieses Gewinnspiel hier komplett sponsert. Jetzt werden sich sicherlich einige fragen, warum die Firma Kramm ein Gewinnspiel beim Dortmunder Jungen sponsert. Ganz einfach, die Firma Kramm und ich werden demnächst einige Sachen zusammen machen und zum Einstand hat die Firma Kramm gesagt, komm, wir machen ein Gewinnspiel und sponsern das komplett und ich finde, das ist eine ganz tolle Geschichte. Ja Leute, bevor ich euch erstmal sage, was ihr machen müsst, um zu gewinnen, zeige ich euch erstmal, was ihr überhaupt gewinnen könnt. Vielleicht habt ihr ja gar keine Lust mitzumachen, aber ich denke mal, bei den Preisen werdet ihr sicherlich Interesse bekommen, an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Ja, jetzt habt ihr auch gesehen, was ihr gewinnen könnt und ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Das ist eine ganz tolle Geschichte und ich drücke jedem einzelnen Teilnehmer beide Daumen. Ja, was müsst ihr machen, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen? Relativ wenig, ihr müsst nicht meine Videos gucken, da ewig was suchen oder was zählen. Nein, ihr braucht lediglich unter diesem Video im Kommentar zu schreiben, ja, ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen, das reicht mir schon. Natürlich, wenn ihr noch ein nettes Wort für mich übrig habt, würde ich mich auch freuen, aber ansonsten wird das einfach noch reichen. Ja, ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen und fertig ist die Kiste. Feierabend mit dem Gewinnspiel ist am 15.02. Das ist nächste Woche Freitag, also bis dato habt ihr Zeit, an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Danach geht nichts mehr, da werde ich keine Kommentare mehr berücksichtigen, die danach noch schreiben und werde dann alles dann in Ruhe auf einen Zettel schreiben, in einen Lostop werfen und zeitnah dann das Auslosungsvideo machen. Wie das dann vonstatten geht mit den Gewinnern und wie der Gewinn dann zugestellt wird, das besprechen wir dann aber alle, wenn es dann soweit ist mit dem Auslosungsvideo. Das soll es jetzt auch gewesen sein, wir sehen uns sowieso zeitnah wieder, aber was die Auslosung und das Gewinnspiel angeht, haben wir jetzt genug gesagt. Auf jeden Fall nimmt alle fleißig daran teil und ich hoffe, es nehmen genug daran teil. Ist eine ganz tolle Geschichte, wie gesagt. Und nochmal vielen Dank an das Modellbahnfachgeschäft Kramm aus Hilden, was dieses Gewinnspiel hier gesponsert hat. Eine ganz tolle Geschichte. Dankeschön. Gut Leute, das war's. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, noch eine schöne Woche und bis bald, euer Dortmunder Junge. Vielen Dank.